Ich mag meine Familie sehr gerne. Mein Vater ist sehr freundlich. Meine Mutter ist sehr fleißig. Wie sind deine Eltern? Wie ist dein Vater und wie ist deine Mutter? Meine Schwester ist sehr intelligent. Wie ist deine Schwester? Mein Bruder ist sehr sportlich. Und dein Bruder? Wie ist dein Bruder? Meine Oma ist sehr herzlich. Und wie ist deine Oma? Und mein Opa? Der ist super lustig. Und wie ist dein Opa? Wie ist deine Familie? Erzähl es mir. Tschüss! Vielen Dank.